So, jetzt sind wir gebufft. So, jetzt die Grollmengeiste, die er beschworen hat, weg. Okay, du trinkst einen Heiltrank und du heilst mal vor Grimm. Okay, ihr beide benutzt eine Brandsalve, um das Feuer von euch wegzukriegen. So, jetzt haltet ihr euch beide, selbe Balsam. Okay, jetzt kommen fünf neue Gräume. Okay, es sind nur vier. Okay, das ist mies. Das war Gwendala. Okay, du trinkst zur Sicherheit einen. Vor Grimm trinkt auch einen. Okay, du nimmst nochmal so einen hier. Okay, und nochmal eine Brandsalve. Äh, nicht eine Brandsalve. Egal. Äh, Neimbeersaft, wollte ich sagen. Ja, auf die beiden kannst du ruhig feuern. Aber ich glaube, da kommt nicht noch eine dritte Welle. Ja, ich glaube, da kommt noch eine dritte Welle. Okay. 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 Wir kommen nicht an seinem damanten Herz. Aber wenigstens, äh, laufen wir jetzt den ganzen Weg zurück. Aber bitte, lass mich jetzt nicht automatisch durchs Tor gehen. Bitte, bitte, bitte. Ah, lässt er mich nicht, Gott sei Dank. Okay. Okay, wir stehen alle wieder ohne Wunden und da ist der Schatz. Das bin ich. Ich versuch mein Bett. Ja. Jetzt holen wir diese Klub und... Ja, das habe ich nicht geschlossen. Aber wir haben ja von oben aus noch ein Kolbenkristallium stehen gesehen. Genau da hinten. Für den sollten wir erst mal Vorgriff heilen. Also, ja, wir haben schon 20 Steinchen. Also, mal gucken. Schwört der Kolbenkristall überhaupt Kolben? Nein, er macht nur übel Schaden. So, und jetzt mal hier gucken. Genau, hier ist was eingezeichnet gewesen. Ja, Steinfach. So, der sangenhafte Gräumenschatz ist abgeschlossen. Jetzt können wir lesen. Das war der Gräumenschatz. Wenn das nicht mein Glückstag ist, ich habe doch tatsächlich ein Geheimfach entdeckt, das einen sangenhaften Schatz versteckt hielt. Die Gräume haben hier eine Unmenge an wertvollen Dingen zusammengetragen und jetzt gehören sie mir. Na klar. Eher uns. Äh, aber gut. Aber nicht der Konstitution. Und... Ein Ring der Ausdauer. Da haben wir ja den Ring der Ausdauer. Ich weiß nicht. Konstitution klingt besser als Charisma bei ihr. So viel Charisma braucht sie nicht. Alles klar. So, das war der Gräumenschatz in Wirklichkeit. Nur... Ah... Endlich ist der nervige Gräumenschatz bei Boren und spuckt dort anderen in die Suppe. Spuckt dort anderen in die Suppe. Dann hat sich das adamantene Herz aber wirklich einen seltsamen Wächter ausgesucht. Ich glaube nicht, dass das adamantene Herz das selber war. Okay, Autosave. Denn jetzt kommt die große Auflösung. Würde ich mal sagen, denn da ist Pal-Nan-Tar. in seiner Schmiede. In seiner Schmiede. Willkommen in der Feuerschmiede. Ich begrüße den Streiter, der nach all den Jahren zu mir vorzudringen vermochte. Ich bin Pal-Nan-Tar. Der letzte Wächter über den Seelenstein. Den ihr das adamantene Herz nennt. Eure Suche ist beendet. Meine Wacht ist beendet. Endlich. Ein Tag. Ein großer Tag, von dem die Legenden berichten werden. Gesellt euch zu mir ans Feuer. Ich sehe viele Fragen in euren Augen und will sie beantworten. Ja, Pal-Nan-Tar ist übrigens der Zyklop, den man auch im Intro gesehen hat. Der hier diese Schmiede betreibt. Mit all den Sch... Naja. Machen wir es doch selber kurz, bevor wir mit ihm reden. Da sind sie nämlich, die ich gerade meinte, die schönen Bilder. Über die Drachen, die gegeneinander kämpften und die Völker verbrannten. Die Elben, die flohen. Die Zwerge, die den Zorn nicht vergessen konnten. Da drüben ist das Bild der Menschen, die aufstiegen. Hier. Durch das Drachenorakel, das übrigens auch eher hier ist. Da ist nochmal der Ausgang. Ja, hier wurden die Hohendrachen... ...heraufbeschwoben. Das sind halt die Bilder, die wir auch im Intro gesehen haben. Weil das eben hier in dieser Spiegel passiert ist. So, Pal-Nan-Tar. Willkommen in der Esse. Wärmt euch am Feuer. Ihr... Ihr kennt meinen Namen. Das Orakel der Hesille zur Ferdog. Und das Auge des Drachen führte mich hierher. Mein Weg war voller Hürden und Feinde. Eure Stimme. Ihr klingt wie das Orakel vom Ferdog. Seid ihr das Orakel? Was hat das mit der Verlustung auf sich? Und das hat er da batten der Herz? Ist es wirklich der Kafukla eines gigantischen Drachen? So viele Fragen. So klein und gleich so viele Fragen. Legt erst einmal eure Füße zu ruhen. Das wird nun für lange Zeit eure neue Heimat sein. Bis ihr selbst so wie ich alt geworden seid und ein Nachfolger für die ewige Wacht bestimmt. Heimat, wovon spreche ich? Soll das alarmanten Herz bewachen? Nur nicht so hektisch, Kleinflüßler. Lass mich von Anfang an erzählen. Von Drachen und Verrat, von Geduld und von Kafunkel. Meine Zunge ist rau und träge. Ich hatte in all den Jahrhunderten wenig Gelegenheit mit jemandem zu sprechen. Ich bin der letzte einer langen Reihe von zyklopischen Wächtern. Unsere Bestimmung war es, ein strahlendes Kleino zu behüten. Den Kafunkel des alten Drachen Umbrakor. Ihr konntet bereits sein großes Skelett erblicken. Umbrakor, der auch von der Hesedekirche angebetet wird und als einer der fünf Wächter des Weltengleichgewichts gilt? Aber wie kann er tot sein? Umbrakor war vor vielen Jahrtausenden ein mächtiger und gütiger Drachenkaiser, Herrscher auf der Dracheninsel und ein Hüter der Weltharmonie. Doch sein missgünstiger Sohn, Ardakor, ermordete ihn heimlich und hinterrücks auf dem Gipfel des Berges Drackensang, der nicht weit von ihr liegt. Ardakor gab sich fortan selbst als sein Vater aus. Auf dem Dracheneiland errichtete er ein Tyrannenreich, während Gebeine und Kafunkel Umbrakors bleichten. Ein Freflut. All dies blieb über Jahrtausende unbemerkt. Gierige Gräume raubten das Skelett Umbrakors und versteckten es tief im Ambossgebirge. Stets in der Angst vor Hass erfüllten Ardakor und seinen Dienern entdeckt zu werden. Doch die Gräumenstadt Kurumba ging durch Neid und Habgier und den Krieg gegen die Zwerge zugrunde. Das Adamantenherz war jetzt einst der große Schatz der Gräume. Ja, nach dem Untergang der Gräumenstadt bestallte Ingarosh, Gott von Feuer und Erz und Zyklopen den Wächter über den Kafunkel Umbrakors. Und Ardakor giert nach diesem Kafunkel. Er sucht ihn seit Jahrtausenden. Ja, Ingarosh wird wahrscheinlich Ingerim und Agro bzw. Sagengrosch sein. Warum sucht er ihn? Er braucht den Stein, um selbst ewiges Leben zu erlangen, denn er ist nur der Sohn eines Unsterblichen, nicht einer der ihren. Wenn er das Adamantene Herz seines Vaters findet, wird sein Triumph endgültig sein. Drückte Drachen werden herrschen, die jüngeren Völker werden brennen und der Weltenkreis wird auseinanderbrechen. Das sollte möglichst nicht geschehen. Die Wacht über den Kafunkel wehrt schon sehr lange Zeit, doch wir Zyklopen wurden immer weniger. Denn rachsüchtige Geister aus der Gräumenzeit minderten unsere Zahl und unseren Mut. Am Ende blieb nur noch ich zurück, wenn auch gefangt durch die Magie des Gräumenkönigs und Fährt des Steins. Da sprach eine Stimme aus dem Kafunkel in der Höhle zu mir hier in der Esse und wies mich an, einen Nachfolger aus den jüngeren Völkern zu wählen, die unter dessen Aventurien besiedelten wie Bienen eine Sommerwiese. Herzweisheit und Kraft des Nachfolgers mussten geprüft werden. Die Drachenqueste. Ja, so nennt ihr sie. Ich übergab, es mag acht Jahrhunderte her sein, kleidfüßigen Dienern der göttlichen Schlange das Orakel, durch dessen Aufgaben ein würdiger Wächter bestimmt werden sollte. Nur er sollte die Kafunkelhöhle erreichen, kein anderer, kein Diener des Drachen darf je hierher gelangen. Neunmal las ich aus den Bildern den Obakurs Kafunkelstein. Neunmal sprach ich durch die Statue des Orakels. Neunmal hoffte ich, von der Magie des Gräumenkönigs befreit zu werden. Doch erst das zehnte Mal brachte den ersehnten Nachfolger, euch.